Wie geht ihr weiter vor? Wie sieht es denn da aus? Ist da so ein Dachzugang oder ist da nur so ein Feuerwehrleiter? Ne, es ist ein Flachdach, da gibt es auch einen Zugang, wo man aufs Dach hochkommt. Inzwischen haben wir so 19 Uhr, dunkel ist es schon, wir hatten November, also es wird früh dunkel. Die Häuser drumherum sind auch alle ungefähr gleich hoch. Man kann da auch mit so einem Aero-Bike landen, das ist manchmal ein bisschen kritisch, dass man dann irgendwie das nicht trägt, aber das müsste wohl gerade noch klar gehen. Welche Zimmernummer hatten wir denn auf der Adresse? Welches Stockwerk? Können wir das abschätzen? Das war Stockwerk Nummer 6. Ja, dann würde ich sagen, von oben rein und straight hin und dann klopfen wir da mal. Ich würde sagen, ihr geht durchs Treppenhaus und ich vielleicht hänge von außen vor dem Fenster oder vor dem Balkon, falls ihr da fliehen möchtet. Oder über die Feuerleiter oder sowas. Das ist eine gute Idee. Wofür habe ich meine Endhaken-Kanonen? Genau, ihr wisst jetzt nicht genau, wo der wohnt. Also ihr wisst das sechste Stockwerk, aber ihr wisst nicht, wo der da wohnt. Also ihr habt jetzt nicht eine Apartmentnummer oder sowas. Dann schauen wir doch mal, wie viele Apartments auf einem Stockwerk sind. Zwölf. Hält sich in Grenzen. Wissen wir, wie er aussieht? Wie Lukas Harris aussieht, wisst ihr ja, genau. Wir haben ja wahrscheinlich ein Foto und sowas. Kann man einen Feueralarm oder irgendwas auslösen? Könnte man machen. Funktioniert in so Gebäuden mal besser, mal schlechter. Lukas Harris ist 24 Jahre alt, 1,90 groß, blonde Haare, kurz geschnitten, trägt gerne Jeans. Genau, das ist das, was ihr über ihn wisst. Ihr habt da natürlich auch ein Bild. Vielleicht ist Feueralarm ein bisschen auffällig. Wir könnten natürlich auch einfach den Weg des geringsten Widerstandes gehen und uns in den Flur stellen und einmal brüllen. Lukas Harris, Lukas Harris. Ich kann auch versuchen, das übers WLAN irgendwie zu hacken und zumindest rauszufinden. Also ich meine, es gibt ja verschiedene Wege. Wenn es hier Kameras gibt, kann ich versuchen, die zu hacken, um es rauszufinden. Wenn eine der Wohnungen deutlich mehr Cyber Security hat als alle anderen auf dem Stockwerk, wissen wir auch mehr oder weniger, dass es seine Wohnung ist. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ja, ist auf jeden Fall das, was man als erstes ausprobieren sollte. Kannst du probieren, auch von da oben schon. Schaut ihr euch noch irgendwie um? Ja, auf dem Dach auf jeden Fall. Okay, dann würfel nochmal aufsehen, bitte. Ich würde auch nicht sehen, ob es irgendwelches technisches Equipment da gibt, ob da irgendjemand eine besondere Schüssel, Satellitschüssel oder sowas aufgebaut hat. Okay. Ja, kannst du auch aufsehen, würfeln. Ich jüngere ein bisschen rum und rauche eine Zigarette. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Und atmest, ja, genau. Genau. Okay, was hast du gewürfelt, Markus? Eine vier, zwei drunter. Okay, und du, Julian? Vier drunter. Vier drunter, okay. Also von technischem Equipment da oben fällt euch jetzt nichts groß auf, dass da was Besonderes installiert wäre oder sowas. Das Dach hat halt so ein Kiesdach, über das man laufen kann. Ihr seht irgendwo ein paar Sessel rumstehen und eine Couch und sowas. Aber da sitzt niemand, hat irgendjemand aufs Dach geschleppt aus irgendeinem Grund. Und genau, ihr seid jetzt oben. Das heißt, von dem Gestank, der jetzt weiter unten quasi durch die Straßen wabert, aufgrund von der schlechten Kanalisation, kriegt ihr da oben relativ wenig mit. Was ihr unten noch seht, es gibt so einen Foodtruck, der da rumsteht. Dillans Foodtruck, kann man auch von oben gut lesen. Scheint irgendwie, ja, so eine Art Döner anzubieten. Genau. Und ansonsten fällt euch noch auf, dass unten am Haus, da brennt irgendeine Tonne, da sind so ein paar Jugendliche da dran, irgendwie Müll zu verbrennen oder irgendwas. Also so eine schwarze Rauchfahne geht da hoch und die Flammen sehen so grün-bläulich aus immer wieder. Also die fackeln da irgendein Zeug ab, was man eigentlich nicht verbrennen sollte. Aber macht scheinbar warm und ihnen Freude. Und genau, das ist das, was ihr noch so mitkriegt. Ich würde dann, glaube ich, in der Zeit, in der der Kollege versucht, das zu erhecken, runtergehen und Gespräch mit dem Foodtruck zu starten. Weil wenn so ein Foodtruck... Ich glaube, die Leute kriegen einfach eine Menge mit, wenn er hier regelmäßig steht. Das würde ich in der Zeit einfach mal checken. Für euch auch etwas, Boys? Ein oder acht? Essen? Essen, nicht davon. Nicht davon. Gut, und dann gehe ich mal runter. Okay, das heißt, du gehst oben durch die Tür und dann die, was habe ich gesagt? Zehn Stockwerke, ne? Zehn Stockwerke nach unten. Schaue mich dabei links, rechts ein bisschen um, aber nicht groß. Also, ja. Auf dem Dach oder so läuft nicht zufällig eine Hauskatze rum oder sowas. Ich habe nicht zufällig jemand ein Haustier hier im Haus. Auf dem Dach, relativ unwahrscheinlich, würfeln wir hundert. Achtzehn. Achtzehn. Da würde ich sagen, hast du Glück. Ja, da läuft eine Katze rum. Wie auch immer die sich da hoch verirrt hat. Beuge ich mich doch mal runter und mache so, dass sie herkommt. Mhm. Ja, müsstest du jetzt eigentlich Charisma unterwürfeln, aber ihr habt ja eine Verbindung. Also, die läuft da ein bisschen rum, ja. Und guckt in deine Richtung, aber ist noch ein bisschen skeptisch. Ich meine, du bist ein bisschen größer als sie, ne? Da sage ich zu ihr immer jetzt, komm einfach mal rüber. Okay, das heißt, du kommunizierst mit ihr auf ihre Sprache. Das ist eine Mutationsfähigkeit, die ein Mutant erlernen kann, dass er sich mit seinen Artgenossen unterhalten kann. Und für Hiro heißt das, dass er irgendwie, ja, wie so ein Löwe anfängt rumzugrullen oder zu brummeln oder sowas. Und die Katze bewegt sich dann in seine Richtung und fragt, was gibt's? Was ist denn los? Du, du kennst dich hier bestimmt im Haus nicht so gut aus, oder? Was meinst du? Du kennst dich hier im Haus nicht so gut aus, ist so bestimmt dein Haus, oder? Ich habe mich gerade hier hoch verlaufen. Ich wollte jetzt eigentlich mit dem anderen Typen da, dem komischen da, der so nach Alkohol stinkt, mit dem wollte ich eigentlich durch die Tür durch, dass ich wieder reinkomme. Ja, jetzt kannst du gleich, notfalls bringen wir dich runter. Wir suchen hier jemanden, vielleicht kannst du helfen. Ja, guck dich, fragen dann. Katzenlogik. Das war auch einer von den haarlosen Affen, der hat auf dem Kopf blonde Haare, ist ein bisschen kleiner als ich, jung. Hast du schon jemanden im Haus schon mal gesehen? Da gibt's viel, die sehen alle gleich aus, irgendwie, für mich. Ja, aber der hat blonde Haare, das ist nicht so häufig. Blondes Fell, hm. Blondes Kopffell. Auf dem Kopf, ja. Das ist keiner von denen, der mir mal Fressen gibt. Das ist keiner von denen. Ja, das glaube ich. Nee. Ich gebe dir was, wenn du mir sagst, ob du den kennst. Ey, sorry. Ich erinnere mich an die, die mir Fressen geben oder die mich schon kraulen. Zu denen gehört er definitiv nicht. Kein guter Mann. Aber du, gibt's hier noch mehr Kollegen im Haus? Ja, ja. Da gibt's so einen schwarzen Kater, der will immer was von mir und so eine andere Katze, der kann mich nicht leiden. Okay, danke. Machst du mir dann die Tür auf, wenn der nach Alkohol stinkende Typ da durch ist? Ja, kein Problem. Ich greife auch nochmal in meinen Sakko und hole ein Stück Trockenfleisch raus und werfe das hin. Für dich, für deine Mühen. Mach hier die Tür auf. Ja, frisst es, läuft dann mit zur Tür und macht sie auf. Du, Hiro, hast das Gespräch natürlich mitbekommen, nichts verstanden, aber scheinbar hat sich die Großkatze mit der kleinen Hauskatze da unterhalten. Und er macht jetzt die Tür auf, nachdem Nathan da schon durch ist und die Treppe runter, genau. Ja, ich würde Dale so ein bisschen fassungslos anschauen und erstmal gar nichts sagen und gucken, ob er das irgendwie kommentieren möchte. Alles gut? Sag mal, hast du dich gerade mit der Katze unterhalten, Dale? Ja, ja, das geht seit halbem Jahr. Das geht. Das geht ja. Wenn du wüsstest, was die alles zu erzählen haben, dann würdest du dich auch mit denen unterhalten. Jetzt will ich gar nicht wissen, was unsere Katzen über uns Menschen zu erzählen haben. Aber hat diese vielleicht etwas Nützliches gesagt? Ich habe gefragt, ob sie Lukas kennt, aber sie sagt, sie kennt keinen mit blonden Kopffehl. Ist keiner, der ihr Essen gibt. Hippisch, Katzen. Na gut. Nichts für ungut, natürlich. Nichts für ungut. Kein Problem. Gut, dann würde ich mal versuchen, mich wieder auf mein Hacking zu konzentrieren. Jawohl, dann hau mal rein. Okay, also mein Ziel ist im Prinzip erstmal nur Anhaltspunkte zu finden, welches sein Apartment ist, ja, und nicht da irgendwie reinzuhacken. Ich gehe davon aus, dass er irgendwie Sicherheitsbarrieren der Hand, die ich vielleicht nicht durchbrechen kann. Genau, aber du häckst dich jetzt erstmal quasi in dieses Hausnetzwerk rein, ne? Genau. Und zwar mit einer 34. Mit einer 34, ja, das ist kein Problem. Da bist du in dem Hausnetzwerk drin, ja. Das war ein Klacks, ne? Davor die Netzwerke, Wohnheime und so, da war es ein bisschen am Schwitzen, aber hier, das war so mehr, oh ja, kleine Übung, zack, bin ich drin, passt. Okay, bin ich eher überrascht, dass es so einfach ist, oder ist es einfach, weil das hier so ein heruntergekommenes Viertel ist? Wenn da jemand eine gewisse Sicherheit will, dann sorgt er wahrscheinlich dafür, dass sein internes Netz abgeschirmt ist. Ich meine, die Kameras, wenn es da noch welche gibt, sind meistens kaputt, demontiert, die Türen, die Klingelsteuerung, das ist alles nur mäßig gesichert. Da hat man nicht viel rein investiert. Von daher überrascht sich das jetzt nicht groß. Das ist auch die Frage, was du gleich noch für Informationen findest, aber du kannst jetzt mal quasi dich auf Stockwerk 6 begeben und gucken, was es da so gibt und dann mal schauen, ob du da noch irgendwas raus findest. Das war ja dein Plan, wenn ich dich verstanden habe, ne? Genau, erstmal auf Stockwerk 6 und ich suche eben gezielt nach etwas, was besonders stark gesichert ist. Okay, also du gehst auf Stockwerk 6 und hangelst dich da so durchs System und du hast auch noch Zugriff auf ein paar Kameras, aber der Zugriff ist da, aber das Bild ist kaputt, zerstört oder pixelig oder du siehst halt irgendeine schwarze Wand, also die sind irgendwie zugesprüht, da hat keiner irgendwie Bock drauf oder die Datenverbindungen laufen ins Leere. Du hast auch noch eine Türsteuerung unten für die Haustür mit der Klingelsteuerung und hast damit auch Zugriff auf das Adressbuch. Ich nehme an, du wirst es abchecken, was da? Genau, checkst ab, was da für Namen drinstehen und du findest keinen Lucas Harris, der hier irgendwie gemeldet ist. Okay, soweit erstmal keine Überraschung. Wer ist denn gemeldet im 6. Stockwerk? Wer ist davon männlich? Von den Namen? Ja. Warte, hast du 6 männliche Namen? 6 männliche Namen, okay, 6 von 12, also war es so gut. Genau. So, dann würde ich jetzt davon ausgeht von dem Hausnetzwerk weitergehen und schauen, ob irgendwo entweder eine, keine Ahnung, besonders starke Internetleitung oder eben ein besonders geschütztes internes Netzwerk zu finden ist. Genau, okay, du gehst da durch, du checkst so die Netzwerke ab, du findest tatsächlich ein geschütztes Netzwerk. Also einmal fällt dir auf, dass der 6. Flur geschützt ist und zwei Wohnungen besonders. Okay, zwei Wohnungen besonders. Sind die so gegenüber? Also sind die im gleichen Teil? Die sind im gleichen Teil, genau. Okay, und kann ich dazu jetzt noch rausfinden, in welchen Wohnungen gerade Licht an ist? Also wo gerade wer ist? Genau, also die eine Wohnung gehört Charlotte Walker, da ist auch Licht an und die andere Wohnung gehört einem Leonard Smith und da ist kein Licht an. Okay, und die sind beide aber sehr nah beieinander und beide in der gleichen Art und Weise gesichert. Richtig, genau, die sind so gegenüberliegend. Das sind die mit der stärksten Absicherung auf dem Flur, ja. Okay, ja, dann würde ich das erstmal so hier Dell berichten. Dann, ja, mein Tipp ist, eine dieser beiden Wohnungen, ja, da müsste drin sein, der Lukas, oder zumindest das müsste die Wohnung sein, die Sophia meinte. Komm mit mir rein, kein Problem. Ja, ich wollte ja von außen ran, aber ich weiß nicht, inwiefern das nötig ist, ob das vielleicht übertriebene Vorsicht ist. Andererseits hat mir übertriebene Vorsicht... Also wenn so eine riesen Katze vor der Tür steht, ist es nicht abwegig, dass man überlegt, nach draußen zu fliegen. Direkt vom Balkon zu springen, ja. Sie ist wirklich groß, habe ich gehört. Ja, während ihr euch das überlegt, ist Nathan, du machst, bist auf deinem Weg nach unten und du hörst unten auf dem Erdgeschoss, wo du auch raus musst, da hörst du Stimmen von einer Person, die da irgendwie vor sich hin murmelt. Alles gut, Bruder? Ja, du näherst dich erst noch. Du kommst dann auf dem zweiten Stockwerk an einem Typen vorbei, der auf der Treppe sitzt, irgend so ein Jugendlicher und an seinem Cyberarm rumschraubt. Der Arm sieht nicht besonders hochwertig aus, aber er scheint zu funktionieren. Er sieht dich dann da die Treppe runtergehen, guckt dich so ein bisschen an, steht dann auf, geht zurück zu einer Tür, behält dich aber im Blick und klopft da einmal. Die Tür geht dann auf und er verschwindet dich im Blick behalten in dieser Tür und die Tür geht dann zu dem zweiten Flur. Okay. Dann würde ich es jetzt auch nicht, zweite Etage, ich glaube, ich würde da jetzt nicht proaktiv rangehen, auch wenn das höchst auffällig ist, aber Nathan würde, glaube ich, er hat eine Mission und das ist... Essen zu besorgen. Essen zu besorgen, deswegen würde er runtergehen. Also ich hätte jetzt den Kollegen, glaube ich, ins Gespräch gebeten, aber wenn er jetzt verschwindet, dann gehe ich weiter runter. Okay, du gehst weiter runter, genau und kommst dann... Nicht mehr Aufmerksamkeit erregen, als vielleicht schon getan. Genau, kommst im Erdgeschoss an und da steht ein Herr begleitet in Unterwäsche auf dem Flur, der relativ kalt ist, ist ein bisschen älter, schütteres Haar und hält sich da irgendwie an einem Geländer fest. Alles gut, Bruder? Guckt dann zu dir hoch. Alles gut. Alles gut, Bruder. Alles gut. Ist gut. Betrunken oder high? Du kannst dich damit ja ein bisschen aus. Du tippst auf betrunken. Ich habe auch deswegen, also wenn man so viele Drogen und Alkohol konsumiert, dann kommt man selber nicht dran vorbei, sich medizinisch zu informieren. Deswegen hatte Nathan einen Medizinskill von 13 und auch auf Pharmazie, weil er möchte wissen, was er sich da gibt. sieht das aus, als hätte jemand einfach nur zu viel oder ist das gerade übermäßig auffällig? Soll ich einen Wurf machen? Kannst du machen, wenn du möchtest, ja. Da würde ich einen Medizinwurf machen und ich muss mit zwei Würfeln unter 13. Nee, Intelligenz plus Medizin plus 2W10 und dann ist das Würfelergebnis wichtig, weil du hast ja noch deine Nachteile. Oh ja, okay. Intelligenz plus Medizin sind 25. Dann sind es nochmal 12, also 37. Okay, also du hast 12 gewürfelt, beinahe 7 und drunter hättest du einen Misserfolg gehabt, aufgrund von deinen Nachteilen. Ja. Somit passt das, okay. Okay. Also der, der scheint regelmäßig Alkohol zu konsumieren und der ist einfach stratzevoll und er weiß wahrscheinlich nicht, dass die Wohnungstür, die hinter ihm offen ist, dass er eigentlich da rein gehört, ist irgendwie auf dem Flur rausgelaufen, hält sich da am Geländer fest und brabbelt irgendein Zeug vor sich hin. Also eigentlich gehört er in seine Wohnung. Okay. Okay, okay, dann. Ach du arme Kreatur, mögest auch du das Licht zu Gott finden. und gehe weiter. Kleine Schritte machen, kleine Schritte machen, wenn ihr einen weiten Weg zu gehen habt. Genau, er wackelt ein bisschen rum und hält sich wieder am Geländer fest und du gehst durch die Tür raus, die auch nicht verschlossen ist und hörst ihn dann hinter dir wieder. Na gut, na gut. Genau. Und bis draußen läuft es die Straße Richtung Dillans Food Truck, richtig? Mhm. Genau, okay. Dann würfel mal bitte auf Sehen oder Sechster Sinn. Ich würde Sehen nehmen. Okay. Und habe eine Fünf gewürfelt und wäre zwei unter dem Sehsinn, ohne die Nachteile. Okay. Ja, also du läufst Richtung Food Truck, du siehst die drei Jugendlichen, die da ihren Müll oder was auch immer verbrennen und die haben dich deutlich auch gesehen, also gucken dir so ein bisschen hinterher, das ist das, was du mitkriegst. Lass ich mich natürlich nicht beirren. Sehen die Kids aus, also sie sehen aus, als würden sie einfach Müll verbrennen und nicht aus, als würden sie irgendwelche Daten vernichten, richtig? Ja, ja, also Müll verbrennen, genau. Ja, 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 ja. Okay. Dann soll mich das auch nicht weiter aufhalten, sondern ich glaube, Nathan würde sich dann direkt in Richtung Food Truck aufmachen, weil dort sieht er Informationen. Okay, gut, dann läufst du die Straße Richtung Food Truck, ihr anderen beiden, ihr lauft jetzt runter in Sechse Stockwerk, habe ich das verstanden, oder seilst du dich hier roh außen ab? Ich würde mal von außen erst reinschauen in das von den beiden Apartments, wo kein Licht an ist, also das von dem Leonard Smith, wenn ich das jetzt in Erinnerung habe. Stimmt ihr euch da ab? Soll ich da noch warten, oder soll ich auch schon drunter? Dann warte vielleicht noch kurz. Ja, ich bin ja gleich wieder oben. Ich seil mich nur mal schnell ab und schaue, wie es da aussieht. Und ich würde da halt reingucken, einmal mit Nachtsicht und dann mit Infrarotsicht. Habe ich ja beides in meinen Augen und da mal durchswitchen und gucken, ob da irgendwas in der Wohnung los ist. Okay, du seilst dich da runter und guckst mit Nachtsicht und Infrarotsicht da rein durch die Scheibe. Die Wohnung, 18 Grad, also es ist nicht sonderlich gut geheizt. Das kriegst du mit und du siehst auch keine Person da drin. Und auch keine Katze oder so, falls jemand wissen möchte, ob da eine Katze ist. Okay, nichts, ja. Und sieht die ansonsten bewohnt aus? Die Wohnung sieht ansonsten bewohnt aus, ja. Und auch nicht, die ist nicht aufgeräumt oder sowas. Da liegt hier ein bisschen was rum, da ein bisschen was rum. Essensreste? Essensreste? Da liegen auch irgendwo Essensreste rum, ja. In was für einer Verfassung sind die? Schimmeln die schon? Oder sehen die aus, als wären sie da heute erst, wären sie heute erst nicht aufgegessen worden? Das, was du von außen siehst, handelt es sich da um so eine eingetrocknete Pizza. Kennen wir alle. Ja, aber wenn du sagst eingetrocknet, dann ist die wahrscheinlich irgendwie schon so ein paar Tage alt. Genau, ein paar Tage ist die alt wahrscheinlich, genau, schätzt du mal. Okay. Dann würde ich versuchen, ich nehme an, das andere Apartment ist nebenan, wo das Licht brennt, ne? Ja. Würde ich da auch versuchen reinzugucken, aber natürlich deutlich vorsichtiger, weil ich nicht gesehen werden möchte. Ja, da ist eine Dame, so um die 40, die da auf ihrer Couch hockt und ja, irgendwie auf dem Datapad was liest. Die Wohnung sieht gepflegt aus, relativ aufgeräumt, steht irgendwie in einem Tee oder Kaffee oder irgendwas auf dem Tisch und ja, liest irgendwas in ihrem Datapad da. Kann ich auf das Datapad draufzoomen? Könntest du? Wegen mir sitzt sie auch so, dass du sehen kannst, was sie da liest. Ein Held? Was liest sie? Ein Roman. Okay. Und hat sie ein Schlafzimmer oder sieht es so aus, als ob sie irgendwie ein Gästezimmer oder irgendwas hat, um noch eine andere Person zu beherbergen? Die Wohnungen sind jetzt nicht so geräumigt, das heißt, die sind alle relativ gleich aufgebaut. Die hat ein Wohnzimmer, die hat irgendeine Küche, da ist ein Klo und dann gibt es wahrscheinlich noch ein Schlafzimmer, vielleicht noch einen zweiten Raum. Bei der Wohnung, also du weißt jetzt nicht, ob sie noch ein Gästezimmer hat. Ist nicht ersichtlich. Okay. So, dann das Letzte, was ich jetzt noch checken würde bei der anderen Wohnung von dem Leonard, ist, ob ich da durch die Fenster irgendwelche, keine Ahnung, eine Alarmatage sehe oder ist nicht, einen Sicherheitsturm, der dann anfängt zu schießen oder ich weiß ja nicht, ob es da irgendwelche Sicherungen gibt. Da fällt dir erstmal nichts auf. Okay, da komme ich erstmal nach oben. Ziehe ich mich wieder hoch. Okay. Und? Was hast du gesehen? Ja, folgendes. Die eine auf den Namen Leonard Smith gemietet. Die Wohnung scheint leer zu sein und da scheint auch seit mehrere Tagen niemand gewesen zu sein. Und in der anderen ist eine 40-jährige Frau und liest irgendwie einen Roman. Es sah jetzt nicht besonders verdächtig aus, als ob sie da irgendwie unseren Lukas verstecken würde. Insofern, ich weiß es nicht, vielleicht gucken wir mal einfach mal, dass wir uns Zugang zu der Wohnung verschaffen, sogar leeren und schauen das dann mal um. Und das waren zwei Wohnungen mit bestem Internet in Haus. Genau, beziehungsweise mit dem bestgeschützten Internet. Okay, okay. Ja, nehmen wir andere Wohnungen. Also gerade die, wo das Licht aus ist, es passt ja auch damit, dass der der Lukas abgereist zu sein scheint oder sich anscheinend irgendwie untergetaucht ist. Ja, wo ist eigentlich der Nathan? Hat er sich verlaufen? Der wollte Essen holen. Information! Essen ist nur ein netter Nebeneffekt. Der Dell hat Essen gehört und dann hat es aufgehört mit Informationen. Wahrscheinlich. Okay, das heißt, ihr zwei macht euch dann auf den Weg runter zu der Wohnung oder wartet ihr bis Nathan wieder da ist? Nein, wir gehen jetzt los. Los, los. Treffen vor dem und dem Apartment. Gut, dann geht ihr runter. Dann würde ich einmal switchen rüber zu Rieke. Bis zum nächsten Mal.